wie möchtest du kannst mich erhabener gott nennen du kannst mich aber auch geilster torwart der welt nennen also das ist also am besten so weiß nicht das baue ich auf jeden fall in die leute das sehen und in die kommentare mal ob aron eine sexy zunge hat gute einleitung ins video und herzlich willkommen zu einem etwas anderen video einer kleinen interview runde stamm ich nicht so von der seite an zu einer kleinen interview runde und zu gast habe ich heute bei mir den aron aron hat ein eigenes buch geschrieben und den kenne ich durch meinen fußball verein und ich habe gedacht machen wir mal ein bisschen promotion hier um sein buch mal vorzustellen und als erstes solltest du dich eigentlich mal vorstellen ja gut du hast alles gesagt wir spielen zum fußball noch nicht so lange wie ich es mir wünschen würde eigentlich aber connecten auf jeden fall schon ganz gut und ja ich habe ich halte meine kamera kann man das lesen dann wurde spiegel verkehrt dieses buch geschrieben es ist ja ein fändiger roman und hat sich eigentlich an dem orientiert was ich so in meiner jugend gelesen habe jetzt in den letzten jahren habe ich durch studium und so weniger freizeit und kaum noch nicht mehr so viel ans lesen als sei dann eben im urlaub aber was hast du denn so gelesen als kind ja so ich habe in harry potter mal rein gelesen da wurde ich aber eher gezwungen vor allem in den zweiten teil weiß auch nicht so mein mein favorite aber die deutschsprachigen autoren hier marcus heitz mit den zwergen habe ich jedes buch von gelesen das fand ich sehr sehr gut die tolle christoph hagebusch fand ich auch sehr sehr cool auch vier teile meine ich alle gelesen ja also noch so vereinst also mit dir die elfen die drachen die rückkehr der orks war auch hammergeil klassische fändige sachen immer so in dem reich eigentlich es ist unser kuschelmann so gar nicht drauf ich hoffe das nur ansatzweise mein schweiß am rücken gespürt das war für die weiblichen zuschauer also ein bisschen sex muss ja auch sein ich glaube so viele weibliche zuschauer habe ich ja gar nicht noch nicht deswegen kommen wir dazu wahrscheinlich weil sie einfach so random auf dem video von einem fantasy roman klicken und denken da wird einer abgelenkt du musst ein gutes hand machen okay okay worum geht es in deinem buch und du hast noch gar nicht den namen des buchs gesagt ja stimmt also der name ist foreign also quasi wie das englische wort für fremd oder fremdländisch und da es sich um den ersten band handelt ist der titel des ersten bandes zerrüttete lande und ja das beschreibt auch den inhalt schon ganz gut denn es ist ein relativ simples fantasy setting im mittelalter kann man ein bisschen mit heller ringe vergleichen nur dass da die fantasy elemente die typischen fantasy elemente wie orks und elben nicht so eine große rolle spielen bzw diese völker gar nicht vorkommen magie spielt auch irgendwo eine rolle aber eher untergeordnet und es geht darum dass das land sagen ein königreich ist eine insel und ja der thronfolger der könig ist verstorben und dessen beiden söhne sind zwillinge und die kämpfen um die vorherrschaft in diesem land und es gibt noch einen dritten sohn im bunde das ist unser protagonist weig so würde ich den aussprechen v y k v a y k ok genau also mit einem w am anfang ja und er wohnt in der einen stadt bei seinem bruder johann der ihm einer der zwillinge ist und gegen den anderen zwillingen die vorherrschaft kämpft und johann beschließt weig einmal quer durch das land zu schicken als ja gesandter für friedensverhandlungen und zwar nicht ohne grund denn in daradun also der stadt in der johann regiert ist eine unheilvolle seuche ausgebrochen und die droht mit der zeit langsam aber sicher das gesamte königreich in den untergang zu treiben und das sollte man verhindern und deswegen wollen sie ein gegenmittel finden und dafür müssen erstmal frieden herrschen im land und das ist weigs aufgabe und wir begleiten ihn aus seiner reise und auf allem was er da erlebt und du hast jetzt gerade gesagt dass es band eins wie viele sollen kommen beziehungsweise wie viel arbeitest du schon und wie weit bist du da ja also ich hatte jetzt schon angefangen mit dem zweiten teil die entstehungsgeschichte ist etwas kompliziert da kommen wir vielleicht dann ja auch noch gleich zu aber es gibt mindestens zwei um die geschichte auf sagen abzuschließen tendiere ich eher sogar zu dreien es kommt aber darauf an wie lang der zweite band werden wird aber das universum das hätten geht in meinem kopf auf jeden fall noch weiter also es gibt noch stoff für mehrere bände ist halt nur die frage wann die alles geschrieben werden können das ist dann quasi auch wie wirklich bei her der ringe wo du halt diese hauptreihe hast und dann so ableger wie der hobbit und so was dann im gleichen universum spielt das nicht mal aber weig ist jetzt ja auch nicht so ein älterer herr sondern er ist noch in der blüte seiner jahre sagen kann einiges noch erleben und auch wenn es eine insel gibt gibt es auch ein festland da wird er vielleicht vielleicht nicht irgendwann seine füße auch mal draufsetzen und wie lange hast du jetzt an band eins geschrieben wie lange gibt es dieses projekt schon ja das ist also wie gesagt ein bisschen kompliziert es gibt ja viele die sagen ich wollte schon immer buch schreiben ich habe als kind schon geschichten geschrieben das war bei mir gar nicht so der fall ich habe 2012 abi gemacht und dann bin ich mit meinem vater für ein paar wochen auf die kanaren geflogen auf die insel lagomera um da ein bisschen zu entspannen einen kleinen wanderurlaub zu machen und da hat man viel viel zeit zum nachdenken wenn man einfach zwei wochen über die insel läuft und ich bin leidenschaftlicher zocker schon immer gewesen und da kam mir die fixe idee dass ich einfach mal lust hätte ein videospiel zu entwickeln und habe mir dann da story und alle sachen überlegt als ich dann nach hause gekommen bin vom urlaub habe ich das alles ein bisschen konkretisiert problem ich kann wieder programmieren noch kenne ich irgendwie leute wie das gut können in der hinsicht deswegen ist es relativ schwierig als unerfahrener die branche reinzukommen ich hatte ein paar berührungspunkte mit einem entwicklerstudio das hat sich dann von 2012 bis 2014 glaube ich gezogen habe auch ein bisschen da gearbeitet mit so ein bisschen schwierig zu beschreiben hat dann leider nicht geklappt und deswegen dachte ich mir bevor ich das ganze projekt nehmen und die tonne werfen was kann ich machen um das umzusetzen und dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben hat dann vier jahre gedauert ungefähr also 2014 habe ich glaube ich wirklich erst mal in die tasten gehauen bis 2018 da war ich dann soweit fertig und ja dann ging es an die suche des verlags und das war sogar sagen wie stellt man sich dann so eine verlags suche an um zu sagen kommt dieses buch will ich produzieren ja also es gibt natürlich mittel und wege um im vorfeld auch schon an infos zu kommen also ich kann da wirklich falls jemand von euch ein buch schreiben möchte oder vielleicht immer ein skript hat was man veröffentlichen wie auch immer auf facebook kann man zum beispiel sehr coole infos sammeln da gibt es eine gruppe die heißt autorennetzwerk da bin ich selber auch drin ihr könnt mich auch gerne auf facebook anschreiben wenn es welche fragen gibt also da bin ich einfach unter meinem namen aaron laser zu finden aber auf jeden fall in dieser gruppe kann man auf jeden fall super viele infos sammeln die im vorbild wichtig sind also niemals 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 das kann man nicht oft genug betonen einen verlag nehmen der sagt ja hier wir verlegen dein buch aber es kostet 500 euro das sind die sogenannten druckkosten zuschuss verläge ein bisschen kompliziert oder verlage ich weiß gar nicht mehr als ein verlag egal niemals weil ein autor hat schon die ganze arbeit gemacht und der muss dafür nicht bezahlen und ja dann klassisch google liste fantasy verlage deutschland liste 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 bewerbung 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 jeder verlag will eine andere leseprobe haben manche wollen fünf seiten manche zehn seiten manche 50 seiten manche das ganze manuskript dann muss man exposé schreiben lebenslauf für die klassischen sachen wie du schon sagst wie bei der bewerbung auch ähnlich mails abschicken warten also ich glaube ich habe 60 verlage angeschrieben von wie vielen hast du rückmeldungen überhaupt bekommen nicht so viel interessiert haben also mal zurück oder positive rückmeldung eine generelle rückmeldung rückmeldungen hätte ich jetzt gesagt so vielleicht von weniger auf der hälfte auf jeden von der hälfte auf jeden fall hätte ich es gesagt auch also vielleicht so von 25 ja und von den meisten natürlich absagen weil als unbekannte autor schwierig ja genau und man hat keine referenzen das haben glaube ich zwei und die drei hat ein interesse und dann habe ich mich aber für den vss verlag aus frankfurt entschieden das konzept hat mir ganz gut gefallen und er wollte auch trägt nägel mit köpfen machen hat mir trägt den autorenvertrag zugeschickt und ja aber von der unterschrift des vertrags bis zur eigentlichen veröffentlichung jetzt juli hat das auch noch mal ein jahr oder ein bisschen länger sogar gedauert also mit lektorat und anderen das ist schon nicht ohne man braucht viel viel geduld und wie viele bücher wurden jetzt davon hergestellt das ist alles print on demand das heißt du kannst es ja auf amazon entweder als ebook dir bestellen oder eben als taschenbuch und dann wird es eigentlich soweit ich das mitbekommen habe frisch gedruckt also es gibt es nicht erste auflage mit vielleicht nicht 500 oder 1000 büchern sondern wer es halt möchte dann wird es genau dazu gedruckt so wie ich das verstanden habe ist ja auch die sicherste methode ja weil so können so kann ja quasi dass der verlag dann auch sagen wir okay wir machen ja keinen großen riesenverlust und wir stellen ja keine bücher her außer wenn sie wirklich verkauft werden wie viele hast du bis jetzt schon verkauft weißt du hast du einen überblick drüber das weiß ich nicht weil der verlag meinte dass das immer quartalsweise veröffentlicht wird aber ich glaube ein paar dutzend ich hatte jetzt letztens noch mal kontakt mit ihm das heißt so der nähere freundeskreis und bekanntenkreis haben das natürlich auch alles mitbekommen und mich da sehr viel unterstützt und das interesse war dann in dem bereich etwas größer natürlich die bücher zu kaufen aber das interesse ist natürlich auch schnell abgesättigt naja gut dann hat man einmal durch und dann ist das wie wenn man neue verträge verkaufen will oder sowas erstmal den bekannten link zu arons buch findet ihr natürlich unten in der video beschreibung könnt ihr gerne mal vorbeischauen da findet ihr dann das buch könnt ihr dann als ebook oder als taschenbuch dann holen weil jemand fragen wollte wie fühlst du dich jetzt dass du dein eigenes buch hast bist du so dass du sagst bohr geil oder er so ist eigentlich ganz ok also ich habe es mir spektakuläre vorgestellt arbeitet 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 weil das sind natürlich auch hunderte stunden arbeit drin ja klar auch immer mit dem nationalesen korrigieren blablabla aber ich hätte es mir wirklich euphorisch vorgestellt aber ich glaube ich bin auch nicht so der typ der große euphorisch ist klar sind cooles gefühl auch dass wenn man die rückmeldung so langsam bekommt die ersten haben es fertig gelesen und die geben natürlich dann schon eine rückmeldung und wenn es ihnen gefallen hat ist das top aber ja für mich selber ich glaube das finden dann teilweise die leute in einem umfeld in meiner familie teilweise sogar schon ein bisschen krasser als als ich selber aber es macht einfach spaß das ist ein cooles gefühl auf jeden fall und wie soll dieses projekt weitergehen am liebsten irgendwie später ein videospiel von film ein hörbuch ja also das erste mal natürlich schauen wie das auf interesse der leute stößt gegebenenfalls oder eigentlich ist ich meine der zweite band ist schon langsam in der mache der wird denke ich mal auch in der nächsten zeit irgendwann rauskommen wenn ich die zeit finde nach der masterarbeit gerade ein bisschen schwierig aber ja das muss auf jeden fall ein band 2 sein und am allergeilsten wäre es natürlich für mich wenn es wirklich ein spiel geben würde weil dann würde sich der kreis schließen dann kommst du da ich habe ja eigentlich angefangen das sollte als spiel sein ich habe auch wie gesagt ich als alter rollenspiel zocker ich habe auch die ganzen berufe klassensystem habe ich alles zu hause talentbäume und so habe ich mir alles mal aufgebaut habe alles gebastelt nur halt auf papier so richtig oldschool wenn das passieren würde wäre natürlich bei mir komplett alles vorbei oder welche glücklichste mensch auf der welt ich würde sagen sie das ganze anders aus ja ich werde auch schon nach büchern gefragt nach dem hörbuch weil offenbar menschen faul sind heutzutage und nicht mehr lesen wollen die wollen doch hören ja aber ich denke mal so schnell wird es nicht passiert weil ich glaube meine stimme wollen sich leute nicht über ich sag jetzt mal 16 17 stunden anhören ich kenne da jemand ich glaube ich musste gleich mal anrufen ich glaube ich habe seine nummer da muss man fragen aber man wird sehen ja also wenn ihr unterstützen wollt kostet nicht die welt einfach unten in der video beschreibung schauen ich glaube gerade so kleinen jungen leuten ist ab 16 aufwärts es gibt ein paar härtere szenen aber je nachdem ich habe auch bücher ab 16 mit 12 gelesen meine zielgruppe ist wahrscheinlich zwölf und spiel zu hause also habe ich auch gemacht einfach unten in der video beschreibung abchecken würde ihn natürlich sehr supporten gerade so ein aufstrebenden autor also kostet nicht einfach mal reinschauen und falls es für ihn okay ist würde ich ihn auch mal facebook mäßig unten in der video beschreibung verlinken falls ihr irgendwelche fragen habt mit verlag oder so könnt ihr dann bestimmt mal auf ihn drauf zukommen da freut er sich ja klar ich bin immer sehr hilfreich alles cool sehen wir dann wenn er euch antwortet mit verpiss dich aber ansonsten glaube ich habt ihr alle wichtigen infos definitiv und in der video beschreibung dann danke ich für deine zeit ich danke dir und ja auf dieser wunderschönen couch vielleicht mal schauen ob es etwas podcast mäßiges noch mit ihm gibt mal ein bisschen tiefer in die szene reinzukommen aber gerade mal zur vorstellung glaube ich ist das eigentlich der perfekte zeitpunkt gewesen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wieder und sagen ciao und was denn da hast du noch worte alles gesagt perfekt